Endotrans 2022. Die Leute lechzen danach wieder in den persönlichen Austausch zu gehen. Die haben einfach Bock sich mal Sachen vor Ort anzugucken. Wir genießen das, wir genießen die Gespräche. Super cool. Es wird viel mehr interdisziplinär gedacht. Digitalisierung ist nicht mehr nur noch ein Buzzword, sondern es findet statt. Ich bin begeistert. In dieser Wilson Share App wird alles vereinfacht, dass ein Unternehmen auf das andere zugreifen kann und abfragen kann, habt ihr einen freien Lokführer, damit die Züge in Deutschland und Europa nicht mal stehen bleiben. Das, was schnell geht, flexibel ist, was man vielleicht auch für temporäre Zustände zwischendurch mal nutzen kann, um diesen Übergang im Sinne von Mobilitätswende einfacher zu machen. All das ist ganz, ganz herzlich willkommen. ... Vielen Dank.